Guten Morgen. Hi, guten Morgen. Wir haben uns heute 150 Kilometer im Odenwald vorgenommen. Die ersten ein, zwei Stunden hat es jetzt aber geregnet. Wir sind dann erst gegen 9.40 Uhr los. Ja, viel sportlich. Licht haben wir dabei und wenn wir heute um 20 Uhr geschafft auf dem Sofa sind, ist alles gut, oder? Dann wären wir sehr froh, ja, auf jeden Fall. So, und wie ihr vielleicht an Mario erkennen könnt, der hat sich noch für komplett warme Kleidung entschieden. Hat sogar, weil es ja so geregnet hat, sich die Schuhüberzieher angezogen. Ich fahre im Kurzarmtrikot und auch ohne Beinlinge. Näharbeiten sind wirklich sinnvoll, auch bei den Straßen. Gerade für uns Fahrradfahrer. Das kriegt man nämlich immer nach Regen. Supernasebeine. Der erste Anstieg ist geschafft. Jetzt geht es runter. Wir haben hier irgendwie 2500 Höhenmeter heute. Was siehst du denn jetzt an? Vorne noch so groß getönt, kurz, kurz. Ja, aber jetzt nur für die Abfahrt bitte. Ja, das habe ich antizipiert, Anne. Ja, aber so bin ich nicht ganz voll verschwitzt. Es kann immer gut trocknen. Und der Atem. Ja, man sieht den Atem. So kalt ist doch gar nicht, oder? Das ist heute der Lagenlucht. Es kommt auch noch die Jacke drüber. Aber ja, ich ziehe jetzt mittlerweile auch alle meine Schüchten an, die ich dabei habe. Jawohl. Heute so ein bisschen Grip-Grap. Neue Sachen. Jetzt testen wir mal aus, ob das auch funktioniert. Anne testet gerne Sachen immer aus. Never lose your grip. Never lose your grip. Yes. Okay. Da vorne sind Wasserbüffel. Wir haben jetzt gute 20 Kilometer hinter uns und ich filme ab diesem Video alles mit der GoPro Hero 9. Die habe ich mir neu zugelegt. Nach zwei Jahren hat die GoPro Hero 8 mal jetzt ausgedient. Die hatte ich jetzt auch in der letzten Woche mit auf Badurlaub mit fünf Kumpels. Jetzt haben wir die viel genutzt, auch im Wasser, im Pool. Und ich habe gedacht, bevor die dann da vielleicht irgendwie einen Schaden nimmt, lege ich mir mal eine neue zu. Und ja, filmen werde ich wahrscheinlich alles genauso wie mit der Achter auch. Einfach in 4K, obwohl die Hero 9 ja auch mehr kann. Also 4K, 60 FPS, dann kann man vielleicht nochmal Zeitlupen machen. Das ist eine coole Straße hier. Richtig coole Straße. Oh. Alright. wir fahren gerade mal ein bisschen gravel eigentlich will ich nur asphalt fahren aktuell weil ich habe eine fraktur am linken zeigefinger habe ich mir im badeurlaub zugezogen ja ich muss am morgen mal untersuchen lassen was es ist weil es halt nicht so schnell wie ich mir das wünschen würde mal ein bisschen checken hoffe es ist nur eine schwellung und es legt sich wieder fahrt fahren geht ich bremse hauptsächlich mit mittelfinger und ringfinger der zeigefinger ist gar nicht so beansprucht nur halt erschütterungen durch offroad ja schmerzen ein bisschen deswegen heute hauptsächlich asphalt dies hier nennt sich hoher darsberg wir können jetzt gerade nicht an der hauptseite vorbeifahren da ist eine feier aber hier waren wir letztens mal auf noch zeit kann man schöne hochzeiten feiern so jetzt fahren wir doch mal zur vorderseite hier so sieht es aus so es fängt jetzt leider an zu regnen wir hoffen dass wir gleich zum bäcker kommen den ich sowieso geplant habe das wäre ganz gutes timing wir sind jetzt in hier schon und sind hier gerade auf der suche nach einem café ich glaube dies hier war gemeint ist eigentlich süß ich krieg die rote marmelade frühstück haben wir eingenommen jetzt geht es weiter noch 111 kilometer um 12 51 es geht Richtung abend es regnet ein bisschen aber noch werden wir nicht zu nass regenhose haben wir heute keine dabei wir fahren jetzt wieder vom necker weg richtung odenwald aber ganz gemäßigte steigungen oder ja es geht nur stetig bergauf kein echter anstieg auf die nächsten kilometer ane übernimmt wieder führungsarbeit muss ein bisschen näher kommen und wieder jacke aus ich versuche es jetzt mal hinten rein zu vorstellen aber ich weiß nicht ob das funktioniert ich glaube das funktioniert nämlich nicht so gut wenn dann in den mittel so das ist die größte da ist aber dein handy drin das handy würde ich sowieso an der seite machen jetzt haben wir noch 100 kilometer vor uns und wir haben es schon 322 da haben wir noch was vor wir sind jetzt auf anstieg 6 von 14 und wir haben schon 1027 höhenmeter von wie viel eigentlich ja 2500 irgendwie so und die regenwolken begleiten uns gerade so ein bisschen wir kurbel uns hier im kleinsten gang ganz gemächlich rauf genau kurbel 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 keine eile geht gleich wieder runter dann geht es automatisch schneller ja also diese steigung ist die krasseste von den prozenten her noch 1,1 kilometer 76 höhenmeter noch ja wir sind heute mal wieder richtig schön im grünen gestern abend waren wir aus Versehen in mannheim zum mannheimer stadtfest also wir wollten eigentlich oder wir sind ins kino gegangen haben uns aber nicht informiert und haben uns schon gewundert warum nur vier leute im kino vor reserviert hatten einschließlich uns denn dann wussten wir es mannheimer stadtfest genau aber die ruhe im kino war super wir wir haben den film mit jonas oder von jonas deichmann gesehen wir sind ja einige kilometer auf einer ganz kleinen ruhigen straße hier ist niemand super asphalt da unten fließt ein bach haben wir schon gesagt dass sich das wetter gebessert hat ein streifen blauer himmel ein streifen blauer himmel ist das der blitze blauer himmel 2.0 ja das ist ja genau wir fahren gerade unter dem blitze blauen himmel brust absolut cool geile abfahrt wir machen den road train ja die anne die fährt mir manchmal schon davon echt nicht schlecht sie für eine grundlagenausdauer mittlerweile hat wir haben gerade halbzeit 76 kilometer und bei den höhenmetern aber schon 60 prozent 1500 ungefähr und gerade ein mega anstieg nächster abfahrt so wir sind in michelstadt und fahren jetzt mal in die altstadt und suchen einen café fahrrader stehen jetzt gehen wir mal hier kaffee trinken und kuchen und torte so sei es jetzt in seiner decke wir sind hier beim weltmeister kaffee in michelstadt und der hat zwei kuchen sich bestellt ich bin mal gespannt was kommt so gut denn mario ist warm und ich werde geblendet von langen weißen socken tragen sie lange weiße socken ja eindeutig eindeutig machen glaube ich ein flankes bein so gut stopp 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 haben die da vorne einen tafel hin die haben Tourenräder was geht ab? noch 61,7 Kilometer ja, es ging gerade richtig schnell wie so ein altes Ehepaar, jetzt sind wir schon fast, oder? ja, das würde ich auch sagen, Mensch, na guck da kommt, das ist zykle jetzt rollst du noch vier Kilometer auf jeden Fall in der Ebene und dann geht es noch mal ein paar mal bergauf wir sind auf dem nächsten Climb, erzähl fünf Kilometer und 200 Höhenmeter und wir haben uns mal wieder ausgezogen ich glaube heute, das müssen wir mal nicht machen Anne kann jetzt mittlerweile Fotos und Videos auf dem Handy machen, äh, bei der Fahrt machen Instagram lässt grüßen Anne, wir haben jetzt 100 Kilometer du könntest mal erzählen, dass du in den letzten Wochen öfter mal ohne mich gefahren bist was du bisher nie getan hast ja, das stimmt weil der Mario vor, dass er in Urlaub war habe ich gedacht ich war mal ein bisschen alleine Tourn selbst geplant selbst gefahren, alleine selbst gefahren, alleine ohne Mario, der dir die Reifen aufpumpt den Antrieb reinigt aber dafür hatte ich dann auch den ersten Fauxpas weil nämlich bei meiner chronischen Schaltung die Schaltung der Akku leer war ja, coole Abfahrt und das Wetter spielt jetzt nochmal richtig mit gegen 17 Uhr ist irgendwie die wärmste Zeit des Tages ja total gut dass jetzt noch Richtung Abend ein bisschen wärmer ist weil wir auch, ja in den Abend reinfahren cool die hat nicht zu, Anne Anne dachte schon, die hatte zu das gibt's hier Getränke die sah so zu aus du gehst rein der drittletzte Anstieg 35 Kilometer noch und Anne zieht mir davon und Anne zieht mir davon der drittletzte Anstieg ja Leute, ich brauche kurz ach ja, stimmt was gibt der Beutel denn her stimmt ja das gibt's ja auch noch ja, das gibt's ja auch noch ja, das gibt's ja auch noch ganz kurze Pause puh gerade kurz Anne, wir haben 2000 Höhenmeter yeah mega wir haben jetzt mal das Licht angemacht die Sichtbarkeit hier im Wald ist ein bisschen geringer so, guten Abend, es ist 18 Uhr 34 wir haben noch 20 Kilometer wir sind jetzt gerade in Waldmichelbach ja, wir wollten eigentlich hier Pizza essen und Eis essen das war unser eigentliches Ziel aber es läuft gerade gut das Wetter spielt mit deswegen nutzen wir jetzt die Zeit fahren jetzt nonstop nach Hause und bestellen heute Pizza und essen hier auf der Couch ja, Probleme hatten wir bisher heute noch nicht ich hatte kurzzeitig mal zwei, drei Mal ganz leicht meinen Fuß gemerkt unter der Sohle Hintern macht gut mit es reden ja irgendwie immer alle nur über den Sattel aber ich finde irgendwie Polsterhose ist fast noch wichtiger Gesäßcreme ich habe den ganz normalen Sattel nichts dran geändert und das klappt das andere steht da hinten das andere steht da hinten ja, ist steil kommt es hier denn raus? ja, hier links raus dritte, dritte damit alles ist dokumentiert hier ja, ja ja, ich bin voll der Süßigkeit und Schanke Café Morgenstern eine absolute Institution hier in der Gegend lohnt sich mal da hinzufahren mega schön, oder? wir sind jetzt auf den letzten 15 Kilometern es geht eigentlich permanent nur runter nur noch ein kleiner Anstieg wir fahren jetzt aus dem Bodenwald raus bis wieder praktisch Richtung Rheinebene hu 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 vielleicht geschafft ja, dank dir du bist ein guter Motivator ja gut das freut mich ja, geschafft wir fahren jetzt nochmal die letzte Abfahrt und dann melden wir uns nochmal vom Sofa wir haben es geschafft, wir sind jetzt frisch geduscht und hier mit Pizza und Lasagne auf der Couch und ja, wir genießen jetzt den Abend von Fix und Foxy meine Bade geht ab wie Schmitz Katze und ja sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen ja genau und bis bald Ciao! die Strecke die Strecke habe ich auf meinem Komoot-Profil veröffentlicht über den Link in der Videobeschreibung gelangt ihr ganz einfach zu meinem Komoot-Profil denn die Namenssuche auf Komoot ist ja leider nicht so gut und wir haben noch mal gesagt, originale alles ansehen über den Aurelzelas und der Aurelzelas und ansehen auch von einer der Aurelzelas 1.4-4.1-4.4.2-4.2-4.4.2-4-6.2-5.4-4-4.5-4.2-4-4.3-4.4-4.4-4.1-6.4-3-4.4.5-4.3.3-4.4-5.4-5.4-4.4-4-4.5.5-4.6.4-4.5-4-5.5.3-4-4.4-4.5.4-3-4.5.4-4.4-5.6-5.4.6-4.5-4.4.6-4.6.4-5.4-4.4.4.5